Versteht ihr, wie diese Kisten hier funktionieren? Also die Chips im Innern und all das? Für mich unfassbar, aber sie funktionieren. Und so geht es uns doch mit so vielem anderen. Wie Medikamente wirken zum Beispiel und was da drin ist oder so viele andere Dinge. Ich verstehe all das nicht und vertraue den Spezialisten dafür. Auch unfassbar für die meisten von uns so viele Zusammenhänge der Natur, der Schöpfung Gottes. Da und für mein Leben vertraue ich Gott, dem Spezialisten fürs Leben. Amen.